Güstrow erleben, gewohnt anders, mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Den Film Gundermann zeigt der Filmclub Güstrow am Dienstag, dem 18. Dezember um 20.15 Uhr im Kinderjugendkunsthaus. In dem biografischen Film, der zugleich Musikfilm ist, erzählt Regisseur Andreas Dresen die Geschichte des Baggerfahrers Gerhard Gundermann, der Lieder schreibt. In der Realität wurde er wahrgenommen als Poet, Clown und Idealist. Zu einem weihnachtlichen Festprogramm wird am Donnerstag, dem 20. Dezember, in die Vossidlochschule eingeladen. Ab 17 Uhr kann man sich bei Kaffee und Kuchen auf den Abend einstimmen. Die Schüler der Klassen 5 bis 10 haben ein buntes Programm zusammengestellt, das ab 18 Uhr aufgeführt wird. Am 4. Advent beginnt um 15 Uhr eine weihnachtliche Führung in der Mittelalterabteilung des Schlosses. Im Mittelpunkt stehen die Engel, ein besonders liebenswertes Bildpersonal auf den Weihnachtsdarstellungen der Kunstgeschichte. Engel, meist kleine Figuren, sind zur Weihnachtszeit oft auch in unseren Wohnungen zu finden. Wer einen Lieblingsengel hat, sollte ihn zu der Führung mitbringen. Erlieben Sie Güstrow mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de www.wgg-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-